Heute möchte ich Ihnen eine Klangoptimierungsmassnahme im High-End-Bereich vorstellen, die wahrscheinlich sehr stark unterschätzt wird. Heute reden wir über Strom. Wenn Sie unsere Klangpyramide mal angeschaut haben, dann sehen Sie, dass Stromversorgung bereits an dritter Stelle kommt nach der Wahl vom Lautsprecher und nach der Wahl vom Verstärker. Das dritte Wichtigste an einer Anlage für die Klangqualität ist eine Stromversorgung. Das ist etwas, das wahrscheinlich die meisten Leute bisher vernachlässigt haben. Man steckt die grossen High-End-Komponenten einfach in die Steckdose. Vielleicht nimmt man noch ein schönes Kabel. Aber es wird oft vergessen, dass ein sauberer Strom das Fundament ist von Ihrer Anlage. Und für eine gute Stromversorgung gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Es gibt Filter, es gibt sogenannte Regeneratoren, es gibt Transformatoren. Wir haben all diese Ansätze in unserem Sortiment. Heute wollen wir ein neues Produkt der Firma AudioQuest anschauen. AudioQuest hat vor ein paar Jahren angefangen sehr stark den Fokus zu legen, nicht nur auf Kabel, sondern speziell auch auf eine gute Stromversorgung. Wir sind mit einigen Produkten auf den Markt gekommen. Sie haben eine Koryphäe engagiert, das ist Garth Powell. Da kann man gerne mal ein Video schauen mit ihm. Er ist der Spezialist für Strom und er ist verantwortlich für all diese Produkte, die ganze Produktkategorie rund um Strom bei der Firma AudioQuest. Warum ist Strom so wichtig? Eine gute Stromversorgung ist die Basis Ihrer Anlage. Wir haben festgestellt, dass wenn man eine geeignete Massnahme ergreift, also beispielsweise einen Transformator einsetzt oder ein Gerät wie wir es hier haben, oder vielleicht sogar einen Regenerator, dann kann das den Klang der Anlage dramatisch steigern. Also ich spreche hier einfach, um es etwas plakativ zu machen, von 20% Klangsteigerung. Also da ist relativ viel drin. Das ist meiner Meinung nach wichtiger als das Quellgerät. Das ist meiner Meinung nach wichtiger als jedes Kabel, das Sie austauschen. Die Stromversorgung hat einen grossen Einfluss auf die Klangqualität. Der Grund dafür ist, dass die Anforderungen an der Anlage gestiegen sind. Also man hat heute einen sehr grossen Dynamikumfang, der den Verstärker abbilden muss. Wir haben auf der anderen Seite auch sehr viele Störeinflüsse in unserem Stromnetz, verursacht durch Sie. Durch Ihre Netzteile, die Sie haben, die Schaltnetzteile, die Sie in der dimmbaren Lampen haben, in den Ladegeräten für Handys. Wenn Sie mal anfangen zu überlegen, wie viel das hier eigentlich in Ihrem Stromnetz hängt und Störeinflüsse gibt, Störspitzen aussendet, das ist relativ dramatisch. Also die Voraussetzungen für eine Anlage sind nicht besser geworden, sondern eher schwieriger. Und deshalb ist auch das Thema Strom so wichtig. Wir haben hier jetzt ein Gerät für uns. Das ist der AudioQuest Niagara 3000. Es gibt momentan drei Niagara auf dem Markt. Das ist eine bezahlbare Variante dieser Niagara. Ich möchte kurz erklären, was das mit Ihrer Anlage macht. Sie haben auf der einen Seite fünf Ausgänge, die filtert. Das ist für Ihre Quellgeräte gedacht. Dass keine Störspitzen in Ihre Quellgeräte kommen, das verbessert den Klang deutlich von Ihren Quellgeräten. Ganz wichtig aber, und das unterscheidet das Gerät von herkömmlichen Netzfiltern, sind zwei High-Current-Ausgänge. Die sind gemacht für Vollverstärcher oder für Ihre Endstufe. Netzfilter, also herkömmliche Netzfilter, die sind, das predigen wir schon lange, nützlich bei Quellgeräten. Die sind nützlich bei Vorstufen, aber die können im besten Fall nicht schaden bei einer Endstufe. Weil, was eben oft passiert, wenn man eine Endstufe einer Netzfilter einsteckt, ist, dass die Dynamik weggeht. Es wird zu viel weggefiltert, es wird die Dynamik genommen. Und genau das will man vermeiden. Man will ja nichts verschlechtern. Man will auch nicht, dass es gleich bleibt, sondern man will die Bedingungen für das Quellgerät verbessern, aber man will die Bedingungen auch für den Verstärker verbessern. Und nur dann haben sie den dramatischen Klanggewinn, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und genau das ist speziell an diesem Gerät. Sie haben Wohlfilter für Vorstufe und Quellgeräte. Sie haben aber einen High-Current-Ausgänge, der ganz speziell aufgebaut ist. Von der Firma AudioQuest, zwei Stück an der Zahl für eine Stufe. AudioQuest nennt das Transient Power Reserve. Was das bedeutet, ist, sie haben einen kleinen Pufferspeicher. Da drin, die an der Endstufe optimale Bedingungen schafft, um anzuladen zu können. Das ist ganz wichtig. Und dann werden die Bedingungen verbessert für ihre Endstufe. Das Gerät liefert 50 Ampere. Und das ist das, was sie unterscheiden von den höheren Geräten, wo man aus dem Kopf aussieht. Ich glaube 70 Ampere oder 90 Ampere liefert. Ich bin nicht ganz sicher. Aber die grösseren Geräte haben dort mehr Leistung zur Verfügung für ihre Endstufe. Es hat auch mehr Anschlüsse. Das kommt aber eben auch mit einem Preisschild. Deshalb finden wir diese Geräte sensationell. Sie haben die gleiche Technologie drin, wie im Niagara 5000, also im grösseren Modell. Sie haben ein wenig weniger Transient Power Reserve für ihre Endstufe. Aber meiner Meinung nach wahrscheinlich in den meisten Konstellationen immer noch genug. Und das ist das, was das Gerät unterscheidet von herkömmlichen Netzfiltern. Dass eben nicht nur für die Endstufe weniger gefiltert wird, sondern dass man effektive Leistungsreserven zur Verfügung stellt, so dass ihre Endstufe perfekte Bedingungen haben. Und das ist wichtig, wenn Sie mein Wort von diesen 20% Klangsteigerungen gehört haben. Das ist nur dann möglich, wenn man auch die Bedingungen für die Endstufe verbessert. Und das ist eben da in diesem Gerätenfall. Wie es bei AudioQuest üblich ist, wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf die Laufrichtung der Verkabelung, also auch der Innenverkabelung. Das ist bei allen AudioQuest Produkten so auch da. Also das ist selbstverständlich sehr hochwertig verkabelt. Und eben auf die Laufrichtung ist geachtet worden. Sie können selbstverständlich hier die AudioQuest Stromkabel dazu verwenden. Hier haben wir das gesamte Sortiment in Oster. Hier möchte ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Wir haben schon mal ein Video gemacht über Stromkabel. Hier haben wir den Ansatz am besten selber probieren und staunen. Das ist ein weiterer Benefit von so einem Gerät, dass Sie nachher von hier einfach mit einem schönen Schuko-Kabel direkt ihre Geräte und dort haben wir dann auch eine Klangverbesserung durch das Kabel. Aber der grosse Benefit ist eigentlich da an diesem Gerät, wie sie perfekte Bedingungen schaffen für ihre Endstufe mit dieser Transient Power Reserve. Und weil sie Filtertechnologie haben, eine sehr ausgeklügelte für ihre Quellgeräte wie Plattenspille, Streamer etc. Das Gerät haben wir hier. Wir haben es ausgiebig getestet. Das, was ich empfinde, wenn man ein solches Gerät einsetzt, man merkt, man hört einfach das erste Mal das Potenzial der Anlage. Das nimmt in jeder Dimension zu. Sie haben mehr Dynamik, es ist feiner aufgelöst, mehr Detailreichtum, es ist viel angenehmer zu hören, es ist natürlicher, sie können höhere Pegel fahren, weil sie keine Einstreuungen vom Stromnetz haben. Die Anlage nimmt in jeder Dimension zu. Wie stark das zunimmt, ist ein wenig abhängig von der Kombination. Also was setzen sie für einen Verstärcher ein, was ist das für eine Technologie, ist es Klasse D, ist es Klasse AB, ist es ein Röhrengerät usw. Da können wir Ihnen helfen und Ihnen sagen, was dann da die beste Kombination ist und was die geeignete Stromlösung ist für Ihre Anforderung, für Ihre Anlage. Sie haben es vermutlich gesehen von unserer Webseite, wir haben ein relativ grosses Sortiment mittlerweile an Lösungen rund um den Strombereich, weil wir eben das als wichtiges Thema anschauen, was die Klangqualität angeht. Also an dieser Stelle, wie immer, den Aufruf, kommen Sie zu uns. Wir haben diese Sachen hier, wir können es Ihnen zeigen, dass sie das mal bei uns erleben. Man darf solche Geräte auch wegen einer Gebühr bei uns mal auslehnen und wenn das sinnvoll ist, um das in der eigenen Anlage mal zu testen, um eben effektiv herauszufinden, was macht das in meiner Anlage bei mir zu Hause, ist sehr sinnvoll, dass man so etwas ausprobieren kann. Das bieten wir gerne an. In erster Linie auch Kunden, die mit uns den Weg gehen, selbstverständlich. Wenn Sie Interesse an so etwas haben, kommen Sie auf uns zu. Besuchen Sie uns in Oster. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.